Wenn er hier denn mal so weit ist Schauen wir uns mal die Geschenke an Hallöchen 100 Vorräte Nochmal wieder 100 Vorräte Nice So da vorne haben wir Ah Okay das ist cool Wir können den Kurzbogen hier auf Stufe 4 bringen Oder den Langbogen Auf Stufe 2 Bei dem Langbogen ist Reichweite Und Schaden Eher entscheidend Und Stabilität später Was haben wir beim Kurzbogen Beim Kurzbogen ist es eher Ziehtempo und Nachladetempo Ich würde sagen wir verbessern Den Langbogen auch einmal Wir können trotzdem Eine Rüstung verbessern Wir müssen die Rüstungsschmiedin nur finden Ich weiß gerade nicht wo sie steckt Da vorne ist Masako Rüstungsschmiedin ist hier vorne Es wäre eine Ehre eure Klinge zu bearbeiten Mein Herr Ah ne das ist der Schwertschmied Ich bearbeite alle Arten von Rüstung Tadayoris Rüstung oder Ronin Kleidung Verringert die Geschwindigkeit Mit der dich Gegner bemerken Um 20% Wie ist es bei Tadayoris Rüstung Erhöht die Geschwindigkeit Beim Einlegen und Nachladen Von Pfeilen Um 30% Sieht auf jeden Fall cool aus Ich meine da kriegen wir sogar Den Helm dazu Guckt mal Den passenden Und diesen Umhang Nehmen wir das mal Gefällt mir auf jeden Fall So Nun reden wir mit Masako Fürst Sakai Kommt schnell Fürstin Masako Habt ihr Neuigkeiten Über die Mörder Eurer Familie? Auf der Liste Die wir fanden Stand Sadao Ganz weit oben Er ist das Oberhaupt Des Kuta Gehöfts Kutas Leute Dieten eurem Clan Warum wendete er sich Gegen euch? Er ist ein Undankbarer Verräter Mein Ehemann Ernannte Sadao Zum Oberhaupt Und er revanchierte Sich mit Blutvergießen Wie ich erfuhr Floh er aus Kuta In der Nacht des Mordes Verdächtig Er hörte wohl Dass ihr noch lebt Sadao ist eine falsche Schlange Aber sein Bruder Hachi Ist ein Narr Er kam gerade beim Tempel vorbei Um Essen für die Flüchtlinge zu bringen Zeit für eine ungeplante Lieferung An seinen Bruder Und wir sind da Um ihn zu schnappen Der kann sich gefasst machen Der kriegt von mir Eine extra scharfe Portion Pommdöner Hm Ja Nach dem Vorfall im Gasthaus Hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet Ich wollte Sadaos Bruder suchen Und um die Toten des Adachi Clans trauern Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht solange die Mörder frei sind Nach dem Tod meines Vaters Verabschiedete ich mich in derselben Nacht Das hat den Schmerz gelindert Ich habe sie begraben Das muss ausreichen Vorerst Wann habt ihr zuletzt geschlafen Oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch Selbst junge Krieger Brauchen volle Mägen Und ausgeruhte Schwerdarme Nennt ihr mich etwa Alt Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen Meinem Schwerdarm geht es gut Ich wollte gerade sagen Ich würde es nicht wagen Euch Alt zu nennen Erstmal einmal im Kreis drehen Warum sammelt der Bambus ein? Das verwirrt mich Sie hat auch so einen coolen Bogen Einen langen Bogen Suche Hachi Hier vorne ist doch irgendwas Dann los Bleib weg von mir Was für ein schönes Wetter heute Dicht Aber außer Sicht Oh Weißt du Sie sagt mir Wir folgen ihm dicht Aber außer Sicht Als ich gerade In seinen Arsch Quasi eingetreten bin So nah war ich Ringo Da vorne sind vor allem Leute Guckt mal Was für ein schönes Wetter heute Das könnte gefährlich werden Und da vorne sind Mongolen Ach es sind Banditen Nun müssen wir also den Banditen folgen Sie werden eine Nachricht überbringen Die wir abfangen werden Der Mann ist ein Idiot Er ist der Bruder des Oberhaupts Trotzdem ein Idiot Aber er hat guten Sake Nicht heute Heute hatte er nur eine Nachricht Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben Wenn wir sie nicht überbringen Tötet das Oberhaupt uns Sadau ist ein Familienmensch Aus einer schlechten Familie Seine Eltern sind Banditen Weißt du noch die Unruhen Die Aufbrachen Als der Güter Hoh kein Geist mehr hatte Wer hat wohl die Banditen angeheuert Die die Protestierenden umlebten Oberhaupt Sadau Feigling Ich wusste es Also Wenn du das nächste Mal Ans Oberhaupt denkst Denk ans Kuta Massaker Sadau Wir hätten es wissen müssen Wir haben es ja schon vermutet Damit wirst du nicht durchkommen Ist es hier schon das Kuta gehöft? Sprich mit Masako Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach da Gott Ein Holzfällerhaus Von Banditen bewacht Sadau ist fetter Er versteckt sich wohl dort Das wissen wir nicht Aber wir finden es bald heraus Das ist Ach! 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 Los! Stimm! Los, stirb Tod So, wo ist der letzte? Da oben Das war einfach Wie geht's dir, Masako? Ich hab dich ein bisschen auflaufen lassen, sorry Ganz alleine Ich wollte einfach den langen Bogen mal ausprobieren Ein Schuss, ein Treffer, ein Tod Gute Statistik Ja, ich hab auch das Gefühl, dass sie den einfach umnieten wird Das können wir nicht riskieren Eine Nachricht von Sadao Hachi gab sie den Wachen Da steht nichts über sein Versteck Hina, meine Beteiligung am Alachi Massaker ist bekannt geworden Ich bin überzeugt, dass du nicht dafür verantwortlich bist Du bist dir über die Gefahr im Klaren Nicht nur für mein Leben, sondern auch für deins Bleib versteckt und ruhig, bis ich nach dir schicke Vertraue meinen Vätern, ihrer Treue zu mir und ihren Fähigkeiten mit der Klinge Wenn du jemanden triffst, der dieses Emblem trägt Nimm dir das Leben, Sadao Du kannst das Vernünftige tun, Hina Das Richtige Ich werde euch nichts tun Mein Name ist Sakai Wer seid ihr? Hina Sadaos Weib Mein Mann ist unschuldig Die Mongolen töteten eure Familie Wo ist er? Ich weiß es nicht Ihr lügt Sie hilft uns Und sie kann nicht hierbleiben Ich bringe sie zu meinem Anwesen Sie wird mich umbringen Es wird euch nichts geschehen Mit der Blick Bitch, please Okay Wir haben also nun Sadaos Weib Hina In unserer Gewalt Tadismann der Entschlossenheit Tadismann der Nützlichkeit Wir bekommen wieder ein Geschenk Tja Wie das wohl ausgehen wird Das ist die Frage Wir hätten hier tatsächlich auch die nächste Quest Der Ehemann Ich würde aber sagen Wir versuchen jetzt erstmal hier Den Vorfall an der Hiyoshi Schlucht zu lösen Erstmal möchte ich aber das Ogawa Dojo befreien Denn da erhöhen wir unsere Legende sogar um einen mittleren Wert Die andere Richtung Da vorne ist es Befreie das Ogawa Dojo Das ist der Shimono Banner können wir zurückholen Ich glaube das wird nicht so einfach Wir haben übrigens noch einen Technikpunkt den wir einsetzen können Fließende Schläge Entfessel eine Flut von vier schnellen Schlägen Hm Was hatten wir hier bei denen noch Wirf ein zusätzliches Kunai Finde ich auch gut Hier haben wir jetzt hier eine Herausforderung Serie Stimmt Sichere Landung Rolle dich kurz vor der Landung ab Um Schaden durch Stürze aus angemessenen Höhen zu vermeiden Spüre entferntere Gegner auf Indem du noch konzentrierter lauscht Machen wir das mal Dieser Baumstamm ist wohl die Perfekte Möglichkeit Um in das Dojo reinzukommen Und jetzt sehen wir jede Menge Aufzeichnungen Hier vorne ist direkt einer Da müssen wir jetzt aufpassen Da hinten ist einer Da vorne ist einer Da hinten sind drei Das ist nicht so UNTERTITELUNG Da vorne, ja. Ja, ich gebe es ja zu, ich war jetzt nicht unbedingt still oder so. Aber das Gute ist, dass offenbar nicht das ganze Lager gekommen ist. Das heißt nämlich, dass wir den Anführer immer noch beobachten können. Darauf habe ich es eigentlich abgesehen. Ja, da hinten sind nämlich noch einige. Das ist halt ein recht großes Lager. Ich gehe dann übrigens davon aus, dass man hier, ja, schwere Pfeile. Bei schwere Pfeile werden wir wahrscheinlich auch noch, ja genau, da können wir die Kapazität auch noch erhöhen. Trotzdem frage ich mich natürlich, warum hier noch so viel Platz ist nach unten. Also da könnte noch einiges kommen. Stimmt, Sprengpfeile haben wir ja auch noch. Ach, die sehen wir hier. Also da könnte noch einiges kommen. Was halt grundsätzlich echt cool ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Spontan würde ich jetzt sagen, dass wir eher von dieser Seite aus mal weitergehen. Das ist nur einer. Ich bin ein einfacher Mann. Ich sehe ein Schrein. Ich muss nicht verborgen. Noch ein Sashimono-Banner. Danke schön. Ah, hier kann man das Lager dann am Ende zerstören. Let me see. Der schläft. Okay, den können wir so erledigen. Das ist aber ein sehr einfaches Lager. Das sind auch die einfachen Mongolen. Ist der schon tot da drin? Ah, verdammt. Wir kommen zu spät. Oh, die wird er nicht mehr brauchen. Gib mir mal deine Vorräte. Da vorne sind noch welche. Der ist auch schon tot. Mein Gott, was haben die denn hier gemacht? Nein. Huh? Vielleicht gibt es hier auch gar kein Lager, General. Das kann auch durchaus sein. Guck mir nicht zu Onkel, bitte. Ich mache ganz böse Sachen. Da vorne ist noch einer. Eisenvorräte, Rauchbomben. Können wir gerade leider sowieso nicht viel mit anfangen. Ja, das war der, der uns entdeckt hatte. Das war's. Da vorne sind noch welche. Verbleibende Gegner herausfordern. Da kommen sie. Wo ist Doggo? I don't see him. Das waren jetzt alle. Es scheint so. Es scheint so, als wären das alle. Na dann. Bye-bye Lager. Und weg. Oh. Oh. Scheiße ist der gepanzert. Ein Duell gegen einen Mongolen. Mit einem Schild. Kriegsherr Doga. Oh. 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 Und der Anführer ist tot. Befreie das Ogawa-Dojo. Und ich find's richtig schön, dass sich hier jetzt wieder Japaner ansiedeln. Nice. Perfekt. Vielleicht können wir noch mit der einen oder anderen Person hier reden. Technikpunkt. Und zwei Gold. Warum bin ich so dreckig? Ich glaub ich muss erstmal ein paar abnehmen. Krass. Das ist nicht dasselbe. Nein. Diese mongolen Dämonen kennen die Geheimnisse. So. Ogawa-Dojo. Befreit. Wir haben hier jetzt Händler. Und jede Menge. Unentdeckte Orte. Wir wollen auf jeden Fall das hier noch machen. Das ist hier denn niemand der mit mir reden will. Ich war doch so artig. Hallo. Gucken wir uns nochmal den Vorfall an der Yoshi-Schlucht an. Technikpunkte haben wir wieder einen dazu gekriegt. Außerdem haben wir hier noch was und zwar Aufzeichnungen. Gespräche mit dem Kahn. Kotun Kahn spricht in letzter Zeit oft von seiner Heimat. Er war sein Leben lang Adlerjäger. Als er sich dem Gorieo-Feldzug anschloss, schenkte er seinem geliebten Goldadler, den er kleiner Bruder nannte, die Freiheit. Dann wandte sich unser Gespräch wieder der Politik zu. Das Reich ist voller rivalisierender Familien und Stämme, ähnlich wie unseren Clans. Er erzählte mir von dem Kampf, der nach dem Tod von Genghis Khan um seine Nachfolge ausbrach. Vor etwa 10 Jahren trat Kublai als Sieger hervor, aber das heißt nicht, dass er das auch bleiben wird. Kotun meint, der größte Fehler von Kublais Rivalen war, dass sie sich zu sehr auf die alten Sitten der Steppe versteift hatten. Er vergleicht das mit Fürst Shimuras blindem Vertrauen auf die Traditionen der Samurai. Hmm. Wird er ihn doch noch umstimmen können? Das ist die Frage. Verbesserte Herausfordernserie. Nach erfolgreichem Herausfordern stürmen zwei Gegner hinein. Dann können wir drei insgesamt damit ausschalten. Das ist halt auch ziemlich geil. Hier! Sei satt, Verwanderer! Wir retten dich, mein Junge! Hört auf, ihr Bestien! Mein Herr! Was ist los? Sie belagern die Brücke! Sprecht! Wir waren auf der Flucht in Siyoshi, Heibert. Die Brücke sah sicher aus, doch die Mongolen lauerten in der Schlucht. Sie schossen von unten auf uns. Jemand ist verletzt. Bantha! Der Sohn meines Bruders! Sie benutzen ihn als Köder. Eure Familie soll sich von der Brücke fernhalten. Ich beende das. Und wie wir das beenden werden. Da ist Bantha. Der ist auf der Brücke. Und sie können ihn halt nicht erreichen, weil dann auf sie geschossen wird. Gerte Bantha! Aber... Das ist der Erste. Der Zweite. Da hinten ist noch einer. Look at that Es sind echt viele Da unten ist noch einer So der hat uns entdeckt Halleluja, das reinste Moorhuhn-Schießfest hier Aber wir haben sie erledigt Da vorne sind aber auch noch welche, oder? Banta Sie schießen nicht mehr Es ist vorbei Geh zu deiner Familie Hab dann, mein Herr Die Brücke ist sicher Die haben in dem Die haben hier einfach keine Kinder Gemodelt Es gibt keine Jugendlichen Oder Kindermodels in diesem Spiel Denn jedes Mal, wenn es hätte eines sein müssen War es jetzt doch nur ein Erwachsener Du standst doch hier neben, Mann Aber krasse Schlacht Man hätte jetzt natürlich von Man hätte jetzt natürlich unten durchgehen können Und die dann nach und nach von der Seite hätten ausschalten können Aber also so fand ich das jetzt am einfachsten Und halt auch am effektivsten Unsere Legende ist jetzt auch fast wieder Ein Punkt weiter Talisman der Verteidigung Rund zehn Leinen Die wir noch erhalten haben Music 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 Untertitelung des ZDF, 2020